Der GPT-Store ist jetzt da. Es gibt bereits 3 Millionen GPTs und in diesem Video sehen wir uns 5 Tipps an, wie dein GPT eine Chance hat, Geld zu verdienen, neben all den anderen GPTs. Wir sehen uns sogar an, wie man eigene APIs in GPTs verknüpft und außerdem haben wir auch noch GPT-Teams. OpenAI will schon wieder etwas mehr Geld für ein cooles Feature. Lasst uns erstmal einen Blick darauf werfen, was OpenAI selbst zum GPT-Store sagt. Wenn wir etwas nach runter scrollen zu diesem Blogartikel, dann sieht man, dass der GPT-Store jetzt gerade etwa 2 Monate online ist und dass schon über 3 Millionen GPTs kreiert wurden. Das lässt natürlich auf sich schliessen, dass man wahnsinnig viel Konkurrenz hat, weil natürlich jeder solche GPTs erstellen kann. Deshalb muss man sich natürlich ein paar spezielle Dinge einfallen, und deshalb gibt es natürlich auch das Video. Man kann sich natürlich ansehen, was trendig ist in diesem Store drinnen. Jede Woche wird es neue Features geben. Einige der Features aktuell sind zum Beispiel, dass man über 200 Millionen akademische Papiere durchsuchen kann, dass man Coding etwas besser und schneller lernen kann mit dem Code Tutor, dass man Canva verwenden kann, dass man sich ansehen kann, welches Buch man als nächstes liest und dass man Mathe lernen kann. Jeder kann ganz, ganz einfach seinen GPT im GPT-Store listen. Das haben wir bereits gelernt. Und jetzt kommen erstmal auch konkrete Pläne ab, wann man verdienen kann. Im ersten Quartal werden sie noch das Revenue-Programm veröffentlichen. Das heisst, sie werden uns mitteilen, wie man hier bezahlt wird. Erstmal natürlich nur die US-Builder, also jeder, der in Amerika wohnt, natürlicherweise werden wir ausgeschlossen. Und bezahlt wird man nach User Engagement. Also je nachdem, wie viele Leute diesen GPT verwenden. Wie das genau aussieht, weiss man aktuell noch nicht. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass die Top 100 oder die Top 500 dieser GPTs bezahlt werden und die je nachdem, wie viel sie benutzt werden. Das müssen wir uns tatsächlich erst ansehen, sobald es soweit ist. Sehen wir uns einfach mal das Interface an, denn in JetGPT ist das Interface mittlerweile so. Auf dieses Interface kommt man, wenn man auf Explore GPTs klickt und man braucht natürlich das Plus-Abo. Die erste Leiste hier oben ist natürlich Search Public GPTs. Das heisst, wenn du irgendetwas suchst, dann kannst du das hier oben eingeben. PDF. Das ist etwas, das sehr, sehr viele Leute immer und immer wieder suchen. Und wir haben hier ganz einfach die Dinge, die zum Beispiel PDFs durchsuchen können. Und ich bin mir zu 99% sicher, dass solche Dinge zu tausendfach kopiert werden. Also ist es natürlich nicht besonders ratsam, sowas zu machen. Außerdem werden die Dinge hier geordnet. Man kann hier die Topics von OpenAI suchen. Alles, was mit DALI zu tun hat. Alles, was mit Schreiben zu tun hat. Und du wirst immer weitergeleitet zu der richtigen Abteilung. Education, Lifestyle und so weiter. Diese Dinge sollten dann eigentlich jede Woche rotieren. Also Topics from this week. Und hier drunter eben die Trending und auch natürlich die Sachen bei OpenAI und so weiter. Das heisst, wir bekommen hier schon eine richtig gute Übersicht, wenn man selbst nichts machen will, sondern wenn man einfach was verwenden will. Und nun kommen wir zu meinen Top 5 Tipps, wie man hier vielleicht einen GPT erstellen kann, der auch tatsächlich was taugt. Einen, den nicht jeder macht und einen, womit man vielleicht eine Chance hat, gegen 3 Millionen andere GPTs anzukommen. Und ich denke, das werden noch viel, viel mehr über die nächsten Wochen. Methode Nummer 1. Verbinde eine API, die Sinn ergibt. Nicht jeder kann eine API verbinden, weil nicht jeder versteht, wie das funktioniert. Und wenn die API gut ist, dann könnte ein solcher GPT verwendet werden. Sehen wir uns einfach mal an, was ich für GPTs in der Zwischenzeit gebaut habe. Das ganze Interface ist natürlich etwas anders und klickt man hier auf den Namen und klickt My GPTs, dann landet man hier bei den GPTs, die ich erstellt habe. Ich habe hier zum Beispiel diesen CatPick GPT, ich habe den CheckCrypto GPT und ich habe den QRBeast GPT. Alle diese GPTs sind mit APIs verknüpft. Das heisst, wir machen API-Calls an andere Tools und bekommen danach Informationen und Dinge, die wir sonst vielleicht nicht bekommen würden. Nehmen wir einfach mal den QRBeast hier als Beispiel. Du siehst, make your QR Code ASAP. Und wie funktioniert das? Fragen wir einfach mal, was das Ding machen kann. Wie kannst du mir helfen? Er sagt mir hier, dass er QR-Codes erstellen kann. Dann lass uns das doch mal testen. Dafür gehe ich einfach mal auf meinen YouTube-Kanal und ich kopiere den Link, denn ich will einen QR-Code machen für meinen YouTube-Kanal. Ich füge diesen Link ein und sage ganz einfach, mach einen QR-Code. Und ich bin gespannt, ob es beim ersten Mal funktioniert, denn die API-Calls haben nicht immer perfekt funktioniert. Also Start in Actions. Jetzt müssen wir Allow klicken, weil wir natürlich Zugriff auf eine andere API haben. Er fragt uns um einen Moment Geduld. Und mit dem zweiten Versuch hat es dennoch geklappt. Das heisst, wir haben API-Calls gemacht und bekommen jetzt hier diesen QR-Code. Drück mal gerne Pause, scanne das Bild und lass mich wissen, ob es funktioniert, ob man auch wirklich Zugriff auf meinen YouTube-Kanal bekommt. Ich habe das einige Male getestet. Meistens hat es wirklich funktioniert. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man das macht. Und eigentlich ist das ziemlich einfach. Jedoch versteht nicht jeder, wie es funktioniert. Lasst uns ein Beispiel machen. Wir werden dieses Mal die CAD-API in eine kleine Application, in einen solchen GPT einbauen. Weil die CAD-API gratis ist. Schritt 1. Wir klicken natürlich Create a GPT. Danach machen wir die Standard-Dinge so wie immer. Das heisst Namen, eine Beschreibung, die Instructions und das hier unten wird wichtig, die Actions. Lasst uns einfach mal ein Beispiel machen. Cat-GPT macht Katzenbilder. Die Instructions, also hier müssen wir ihm sagen, was er genau macht. Du erstellst Bilder von Katzen, indem du Get-Requests an die API aus den Actions schickst. Conversation-Starters müssen wir nicht machen. Ich will das Ganze schnell machen. Du weisst natürlich, wie du all das machst. Und in Optimalfall kombinierst du das natürlich alles noch mit gutem Knowledge. Also der GPT wird trainiert. Das Coole ist jetzt, wir klicken Actions. Und wenn wir hier Actions klicken, dann müssen wir hier Dinge hinzufügen. Und zwar das ganze Schema. Wir brauchen das OpenAI-Scheme und einen API-Key. Und danach können wir Calls an andere Applications machen. Wir verwenden eine Application, die Bilder von Katzen machen kann. Und was ist eine solche Application? Wir verwenden hier die Cat-API. Und was ist die Cat-API? Die Cat-API ist eigentlich einfach nur eine API, womit man Katzenbilder erstellen kann. Und wenn du dich fragst, woher ich die Cat-API habe, dann habe ich hier die Antwort für dich. Ich habe einfach mal Chat-GPT gefragt, welche Gratis-APIs es alles gibt, die einfach zu verknüpfen gehen. Wir haben die OpenWater-Map-API, die Cat-API, die REST-Countries-API, die Dog-API, News-API, Joke-API, Unsplash-API und so weiter. Und hier unten auch die QR-Code-API. Das heisst, Chat-GPT hat mir hier die Ideen gegeben, die ich machen könnte, hier an GPTs, womit ich einfach andere APIs verknüpfe. Und wie funktioniert das alles? Das funktioniert relativ einfach. Wir müssen nur diese API verwenden und in unseren GPT einbauen. Dafür kopiere ich die komplette Documentation hier. Also ich kopiere die gesamte Documentation und jetzt gehe ich in einen richtig coolen GPT. Nämlich in diesen GPT hier, OpenAPI-Shima. Dieser GPT kann ganz einfach eine komplette Dokumentation umwandeln in ein JSON-Format und danach bekommen wir hier alles für unseren GPT. Das heisst, ich füge diese Documentation hier ein und ich sende das ab und danach sollten wir hier unser API-Schema zurückbekommen und das können wir danach ganz einfach in die Actions integrieren und wir sollten imstande sein, API-Calls zu machen, nachdem wir natürlich auch noch unseren API-Key hier mit einfügen. Und das Ding hier sollte jetzt in die Actions rein, das heisst, ich kopiere einfach diesen gesamten Code, das heisst CopyCode. Wir gehen zurück in unseren anderen GPT, ich füge diesen Code hier ein und jetzt siehst du, wir machen folgende Actions. Wir senden eine Get-Request an die Image-Suche raus und danach sollten wir hier drinnen Bilder bekommen. Wir brauchen jetzt nur noch unseren kleinen API-Key. Den API-Key bekommst du, indem du einfach auf die Webseite gehst, der CAT-API und danach klickst du ganz einfach auf Get your API-Key. Hier musst du dich jetzt mit deiner E-Mail-Adresse anmelden und danach bekommst du eine E-Mail zugesendet mit deinem API-Key. Und das funktioniert wirklich so einfach und von dieser E-Mail-Adresse den API-Key, den kopierst du und fügst ihn danach ein. Ich habe den Key jetzt kopiert aus meiner Mail. Wir müssen hier jetzt nicht einen anverwenden, sondern API-Key. Ich lasse den auch versteckt, da du sonst Zugriff zu meiner Application bekommst. Ich füge das ein und wir klicken Save. Und danach haben wir auch noch unseren API-Key hier mit verbunden. Und jetzt können wir das Ganze publizieren. Ich will dieses ganze Ding erst mal testen, also müssen wir im rechten Eck darauf klicken und ich mache hier Only for me. Wenn du den veröffentlichen willst, so dass tatsächlich jeder Zugriff haben kann danach, dann musst du natürlich auf Everyone klicken. Also ich mache hier erst mal Confirm und dann sehen wir uns an, ob dieses Ding auch tatsächlich Katzenbilder macht. Mach ein Katzenbild. Du siehst Start in Actions. Jetzt werden wir über die CAT-API sprechen. Wenn ich hier Allow klicke, dann sollten wir eigentlich ein Bild von einer Katze bekommen. Hier ist ein Bild einer Katze für sie. Und Boom! Okay, also das hat schon recht gut funktioniert. Das heisst, wir machen API-Calls an diese CAT-API und danach bekommen wir hier drinnen Katzen generiert. Und die Katzen sind natürlich auf einem besseren Level als die von Dali. Ich weiss jetzt nicht genau, wie sinnvoll dieser CAT-API-GPT ist, aber der QR-Code GPT ist für mich zumindest relativ sinnvoll, da vielleicht nicht alle wissen, wie man sonst seinen QR-Code machen kann. Ich habe das Ding QR-Code Beast genannt. Vielleicht wird das ja sogar gelistet und verwendet. Und sonst kannst du natürlich das Ding nachmachen, und zwar genauso, wie ich es gezeigt habe. Du gehst ganz einfach auf die Dokumentationen. Diese fügst du in CAT-GPT ein und lässt sie konvertieren und fügst sie zu den Actions hinzu. Und jetzt genug APIs. Lasst uns über die anderen Tipps sprechen, die vielleicht helfen könnten, um hier besser zu listen in diesem GPT-Store. Wir kommen damit zu Schritt Nummer 2. Du solltest in eine ganz spezifische Nische rein. Das heisst, wenn du hier etwas machst, das alle machen, dann wirst du untergehen. Willst du zu allen sprechen, wirst du niemanden erreichen. Ich weiss nicht mehr, von wem der Spruch ist, aber den habe ich mal gehört. Das heisst, machst du einen sehr breiten GPT, dann gibt es einfach tausende andere und du wirst dagegen nicht ankommen. Wenn du hier auf Explore GPT draufklickst, dann wird dir halt auffallen, dass hier unglaublich viele GPTs relativ ähnlich sind. Also mach auf alle Fälle nichts, das BDS durchsucht, weil es davon schon so viele gibt. Mach von mir aus einen GPT, der speziell dafür gedacht ist, wie Leute, die Diabetes haben, Muskeln aufbauen können. Ich bezweifle, dass es einen solchen GPT aktuell gibt und deshalb solltest du vielleicht einen machen. Und damit kommen wir sofort schon zu Tipp Nummer 3. Denn du brauchst ganz, ganz spezielle Daten. Am besten Daten, die nur du hast. Wenn du Daten hast, wie du als Diabetiker sehr, sehr gut Muskeln aufbauen kannst, dann solltest du einen GPT in die Richtung machen. Und wie funktioniert das? Das funktioniert auch sehr, sehr einfach. Wie immer gehen wir erstmal hier unten auf My GPTs. Wir klicken wieder Create a GPT. Auf Configure einen guten Namen, gute Beschreibung. Die Instructions, also was soll er machen? Ich habe natürlich schon einige Male erklärt, wie man all das ausfüllt. Deshalb werden wir das in diesem Video überspringen. Und wir müssen das Knowledge hochladen. Also Upload Files und du trainierst deinen GPT ganz einfach an den Dingen, die wichtig sind. Und du kannst natürlich auch Webbrowsing DALI und den Code-Interpreter aktivieren. Ich würde einfach alle Dinge aktivieren, weil mehr ist hier tatsächlich mehr, denke ich mir zumindest. Vielleicht brauchst du DALI nicht unbedingt, da Diabetiker wohl nicht so oft hier Bilder machen wollen, wenn sie einfach Muskeln aufbauen möchten. Damit kommen wir zu Tipp Nummer 4. Wie hast du eine Chance, gegen all diese anderen GPTs anzukommen? Eine Möglichkeit ist, dass du auf gutes SEO setzt. Search Engine Optimization. Das bedeutet ganz einfach, dass du darauf achtest, dass Keywörter verwendet werden. Und wie machen wir das am besten? Du verwendest beim Namen einen GPT, der auch wirklich Sinn ergibt, wonach Leute suchen wollen. Und bei der Beschreibung gibst du genau ein, was du hier sehen willst. Lasst uns ein Beispiel machen für unseren Diabetiker-Muskelaufbau-GPT. Muskelaufbau für Diabetiker hilft, Diabetikern Muskeln aufzubauen und stark zu werden. Das sind höchstwahrscheinlich die Keywörter, die hier jeder Diabetiker suchen würde, wenn er den Muskeln aufbauen will. Aber Achtung, du darfst keine medizinischen Anweisungen geben. Hier in den Instructions solltest du wahrscheinlich zusätzlich noch eingeben, dass auf alle Fälle auch noch ein Arzt hinzugezogen werden muss. Und dass besonders die Ernährung hier wirklich heikl ist. Man darf hier einfach keine richtigen medizinischen Ratschläge geben. Das sagt dir sogar Obmeyai und das habe ich auch schon im anderen Video erklärt. Damit kommen wir zu Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 5 ist eigentlich nur nochmal eine Erinnerung. Mach etwas, das in die Richtung von deinem Business geht. Du solltest einfach einen GPT machen, der vielleicht Leads einsammeln kann. Das heisst, wenn du zum Beispiel ein Fitnesstrainer bist, dann würde ein solcher Diabetiker-GPT Sinn machen. Weil vielleicht Diabetiker die Muskeln aufbauen wollen, auf diesen GPT gehen. Du weisst natürlich, wie du dein Bilderprofile machst. Das habe ich auch im letzten Video erklärt. Und danach wirst du hier deine Links immer und überall mit einbauen, sodass die Leute einfach auf deine Webseite drauf kommen. Das heisst, du machst ein Bilderprofile, sodass die Leute hier draufklicken können. Und du weisst natürlich noch, wie man das macht. Und auf den Instructions, die kannst du dir natürlich einfach auch so programmieren, dass du den GPT so hast, dass die Leute immer wieder weitergeleitet werden auf deine Webseite. So kannst du wahrscheinlich mehr Geld mit diesem GPT verdienen, auch wenn dir OpenAI nichts vom Revenue-Share abgibt. Weil Leute vielleicht auf deine Webseite weitergehen. Oder auf deinen YouTube-Kanal oder was weiss ich. Es kommt ganz drauf an, was du hier integrieren willst. Und das ist noch immer nicht alles, denn wir haben jetzt mittlerweile auch noch GPT-Teams. GPT-Teams ist relativ cool, zumindest wenn du ein Team bist. Hier unten siehst du Upgrade Plan. Und du siehst, dass du hier auf Teams upgraden kannst. Das kostet 25 Dollar pro Person pro Monat. Damit bekommst du mehr Anfragen an GPT und DALI. Du kannst GPTs machen für deinen ganzen Workspace. Du kannst all das managen. Und an deinen Daten wird nicht trainiert. Das ist hier wohl das Allerwichtigste. Wenn man ein Business hat und im Team arbeiten will, dann ist das perfekt. Und natürlich zusätzlich noch an den Business-Daten wird nicht trainiert. Dabei muss man aber mindestens zu zweit sein und man muss jährlich bezahlen. Das heisst, man muss pro Kopf 300 Dollar hinblättern, also insgesamt 600 Dollar und mindestens zu zweit sein. Und danach hat man ein Jahr lang Ruhe von ChatGPT. Lasst uns noch kurz ansehen, was ChatGPT zu ChatGPT-Teams so generell sagt. Wenn man hier runterscrollt, ist der ganze Artikel da. Und eigentlich sagen diese kleinen Bilder schon alles aus. Das heisst, du kannst einfach einen GPT erstellen, du kannst ihn trainieren mit zum Beispiel spezifischen Anweisungen oder natürlich auch an Wissen von deinem Business und du kannst dann mehrere Leute mit reinholen und ihr könnt alle zusammen in einem solchen GPT arbeiten und an den Daten wird nicht trainiert. Ich denke, das ist eine richtig, richtig coole Angelegenheit hier. Und ich denke, wenn man hier ein Unternehmen hat, wo man mit anderen Leuten arbeitet und wo man einfach Zugriff zu den gleichen GPT haben will, wer trainiert ist an den gleichen Daten und wo man auch sieht, was die anderen Personen schreiben, dann würde das wirklich, wirklich Sinn machen. Natürlich kann man dann auch hier mehrere APIs mit einbauen. Sagen wir, man erstellt für sein Unternehmen einen richtig coolen GPT und man baut hier mehrere APIs ein. Man muss nicht nur eine API einbauen. Wenn man zum Beispiel immer mit Zapier arbeitet und das ganz einfach mit allen vom Team, mit allem vom Unternehmen, dann kann man auch die Zapier API mit einbauen und noch mehrere andere APIs und man hat sozusagen den super GPT für das eigene Unternehmen und an diesem GPT wird nicht trainiert. Also OpenAI lässt uns komplett in Ruhe und unsere Daten sind sicher. Hat dir das Video irgendwie geholfen, dann lass es mich auf alle Fälle wissen. Wenn du Zeit hast, wäre es natürlich super cool, wenn du den Link einfach teilen würdest.